Hallo zusammen! Ich bin hier in St. Gallen und schau mal, wie die St. Gallen auf das reagieren. Es ist ja bekanntlich verboten, hier Brotwurst mit Senf zu essen. Lieber mit Ketchup. Lieber mit Ketchup? Nein, das ist doch verrückter! Habt ihr es schon mal probiert? Verdammter Gräusel bist du! Was? Verdammter Gräusel! Es schmeckt gut! Gräusel! Es schmeckt gut! Gräusel! Da bin ich schon aus! Abfahren! Ich will nur Suppe! Danke, Kino! Wo gibst du es? Ah, ich komme von Zürich! Äh, äh, nein! Was? Äh, äh, wo ist der Senf? Ja! Für die Jungen! Ja, mit den Zuschauern! Selber Schuld! Das ist der beste Kommentar, den ich heute bekam! Ich muss ehrlich sagen, die haben auch schöne Nüte! Wirklich? Ja, wohl! Kann man das hier öffentlich sagen? Soll ich mir das zensieren? Nein, nein! Das kann ich mir wirklich so aussenden? Ja! Das sind sie ja lebens gewesen! Schmeckt doch besser! Aber nicht so ein geiler Rotwur! Doch, genau die! Das ist ja die beste! Nein, nein, nein! Und dann noch mit Senf! Dann sind sie im Banauseli! Warum? Warum? Wohl! 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 Das ist doch das beste! Wirklich? Nein! Nein! So eine gute Heuma-Brotwurst! Mit Senf! Das ist so! Wirklich? Nein! Nein! Das sollte Strafpass sein! Das sollte Strafpass sein! Sie würden den Schweizer Pass verlieren! Ja! Meine Güte! Nein! Was passiert, wenn ich das jetzt alle mache? Nein! Schlafen wir nach wie ein Polkopf oder? Nein! Mit! Oh nicht! Um Gottes Willen! Da bleibe ich in den Haaren! Das finde ich schrecklich! Aha! Das ist doch eine gute Idee, oder? Pfui! Was? Pfui! Nein! Ich weiss es auch mit Senf! Aber kann man das hier öffentlich sagen? Wir erinnern dich auch lustig, oder? 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 Nein! Da gehöre ich keinen Unterschied! Oder? Du musst schon mal einen Papa erzählen! Ja! Aber sicher! Sicher, ja! Sicher! Sehr schön zu sein mit euch! Tschüss! Tschüss! Durch! 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 Es ist jetzt gut, was du ohne sind! St. Galli ist die schönste Stadt! Ade Messi! Man kann es machen mit dem Mobil! Wenn du unten kommst, kannst du es machen! Genau! Dann kann ich dich konvertieren, dass die Joby jetzt Senf mit deinem Brot ausfliessen! Kann ich nicht! Wenn ich auf die Knoi gehe? Ja! Wenn ich auf die Knoi gehe? Nein! Ich zwinge mich nicht, das zu machen! Nein! Bitte! Nein! Achtung! Stopp schnell! Bevor sich jetzt der Eindruck verfälscht! Ein paar positive Reaktionen haben wir schon bekommen! Ich kann sicher meine heilige Mission fortführen und euch zu Senf-Esser konvertieren! Ja! Du findest Senf geil! Halleluja! Ja! Du auch? Ja! In meine Arme! Kommen! In meine Arme! Ah! Yes! Oh mein Gott! Ich habe schon gedacht! Ich habe schon gedacht, ich werde nie viel! Danke! Du auch! Hallo! Ja! 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 Ich muss in Zukunft mehr Senf nehmen! Ich, Rebecca, schwörfeierlich! Ich, Rebecca, schwörfeierlich! Dass ich vom jetzigen Zeitpunkt ab... Dass ich vom jetzigen Zeitpunkt ab... Meine Brotwurst... Ah da! Nein! Ja! Doch, doch, doch! Meine Brotwurst... ...nur noch mit Senf essen wird! Nur noch mit mir wie essen! Brrrrrrrrrrrr! Du hast das eine Missbraucht! Wie kann ich euch konvertieren, dass ihr ab jetzt Senf essen? Wir essen immer Senf dazu! Ja! Soll ich das nicht zensieren? Ja! Ja! Das kann ich wirklich so ausstrahlen! Dass ihr eure Brotwurst mit Senf essen! Ja! Ja! Wenn das nicht Karma ist! Ja! 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 Mega fein mit Senf! Ja! 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 Ja!